BannCut, wir bearbeiten weiterhin Entbannungsanträge, wenn ihr gesperrt seid, dann macht das gerne, wir werden das jetzt immer wieder machen. Wir gehen hier erstmal, das sind auch nur 16, aber wenn jetzt auch irgendwer gesperrt ist, dann jetzt, jetzt habt ihr die Chance. Okay, gesperrt vor drei Monaten. Hi, wie bekommt man einen Chatbann, wie lange geht der Stream noch circa so, ey, bk, 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 wie lange geht der Stream noch so circa, äh, weiß ich nicht, Elmao, Schattefuckab, glaub ich. Kuchen ist der beste YouTuber aka Streamer ever. 1810 oder was das sein soll und dacht, dacht, war doch nur ein bisschen Spam, come on, das ist schon lange her. Ja, komm, können wir mal zurücknehmen. Also, ist schon richtig, auf jeden Fall den gesperrt zu haben, aber ich finde jetzt, äh, drei Monate, glaub ich, da hat er gelernt, aber, äh, lass sowas. Vor allem, ähm, Joe Moin Mark, hat der nicht sogar mal gesubbt? Ich weiß gar nicht, ist auch, bitte, also, Subs kann man natürlich nicht weghauen. Okay, hier steht wieder nix drin, ähm, äh, heyo Tim, mein Mann ist ewig alt, damals, äh, hab ich bei irgendeiner Call-Aktion, glaub ich, hart rumgespampt, soweit ich mich erinnern kann. Heute bin ich deutlich älter und lass so'n Shit, halt, natürlich. Würde mich freuen, wieder im Chat aktiv zu sein zu können. Ja, okay, können wir machen, auf jeden Fall. Haben wir überhaupt schon mal einen von denen, die wir entsperrt haben, wieder im Chat gesehen? Ich kann mich nicht dran erinnern, dass auch nur ein einziger irgendwie, äh, wieder frei war. Mach mal die Cam hoch, ja, ist vielleicht besser, ne? Äh, machen wir mal so. Ähm, he, vom 5.1., das war vor einer Woche, da haben wir Dings gesperrt. Äh, gespielt Counter-Strike. Bist schon schlecht in Counter-Strike, das ist noch true. Digga, bin, bin Supreme mit 3K Spielstunden. Krank, alter, heftig, du hast es auf jeden Fall im Leben erreicht. Ich hab grad mal Real-Life-Freunde und ne Familie und hab mir ein Haus gekauft mit 25. Aber Supreme sein mit 3000 Stunden ist auch mein Ziel. Ich fick deine Mutter und bann mich jetzt weg. Mhm. Will weiter gebannt bleiben, Giraffenheiz. Ja, okay, Digga, dann lass mal so. Ich hätte ja jetzt sowieso nicht entbannt, aber... So, oh, Digga, da hätte ich hier aber sehr viele Nachrichten geschrieben. Hier am 23.09. Hi, p-p-p-penis, hi, hast du Sex mit Tierenkuchen, was geht? Wie viele Koks passen in deinen Mund, wird Pornostar? Also der hat die ganze Zeit nur... Vor allem, warum bann den keiner? Was ist denn los mit meinen Mods? Warum war denn da keiner da, der den gesperrt hat, alter? Und dann hat der einen Link. Tut mir leid, dass ich Kuchen-Rick-Rollt habe, obwohl er gesagt hat, dass der Nächste, der das macht, gebannt wird. Hm, wann war das hier? Das sieht man gar nicht mehr, ne? Ich seh das Datum nicht. Ich war auf jeden Fall vor dem 6.05. Ja, gut, der hat auch Rick-Rollt, aber das ist halt schon ein halbes Jahr her. Ich denke mal, der hat seine Strafe verdient. Oder hat er hier irgendwas geschrieben, weswegen ich ihn nicht entbannen wollen würde? Nee. Ja, ich denke mal, wir lassen das nochmal durchgehen, ausnahmsweise. Du hast ihn sogar weg, auch noch habe ich gerade nicht gesehen. Ähm, ja, das ist halt einfach Eigenwerbung, ne? Vor einem Jahr, lustigerweise. Er hat auch das so falsch gemacht, dass man ihn nicht mal, äh, kopieren konnte. Mein Bruder hat mit meinem Account Links verschickt und Leuten mit Account genervt. Hab jetzt, äh, den Account und bin mit ihm gesperrt. Würde gerne entsperrt werden, hab nix gemacht. Ja, gut, da ist halt wieder, äh, das, was wir eben gerade schon hatten, ne? Ist jetzt, äh, wirklich der Bruder schuld oder nicht? Ich will auf jeden Fall mal gucken, ob er, äh, zu einer Größe geworden ist auf Twitch. Vielleicht ändert das Wasser meiner Entscheidung. Dennis 45k hab ich auf jeden Fall noch nicht gehört. Mal gucken. Ja, 400 Follower, äh, streamt auch nicht so aktiv anscheinend. Ja, komm, Digga, lassen wir mal durchgehen, weil das Ganze ist auch schon, äh, das ist vielleicht nicht real, aber es ist schon länger her. Komm, da können wir die Sperre aufheben, das war vor einem Jahr. So, das war vor zwei Monaten, ach ne, doch, vor zwei Monaten. Aber warum hat er am 6.6. geschrieben und wurde dafür am 29.11. gesperrt? Das macht gar keinen Sinn. Äh, es ist nicht der Pornoordner, nices Bild. Jetzt sehen wir den Kuchen-Ehrenmann. Äh, geiler Prank-Kuchen-TV. Ich mach gar keine Pranks, glaub ich, oder? Wie groß ist dein Schwanz? Wie groß ist dein Schwanz? Wie bist du auf YouTube gekommen? Also zu machen. Welche Körbchengröße hat deine Freundin? Hey, Kuchen, tut mir leid, dass ich so eine Scheißen geschrieben habe. Ich möchte mich vielmals entschuldigen und ich weiß, dass du einen großen Penis hast. Sorry, dass ich gefragt habe. Hätte es ja wissen müssen. Äh, danke, falls ich entsperrt werde und freue mich, wieder im Chat teilzunehmen. Ja, natürlich, Digga. Wer hier den, äh, meinen Penis erd, Digga, wird natürlich entsperrt. Keine Frage. So, reagier mal auf das Kritik-Video. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass man keine Links posten darf. Ähm, die Person bleibt gesperrt. Ich glaube, der hat mich sogar auf Instagram noch dazu angeschrieben. Der hat mich, glaube ich, nachdem ich ihn gesperrt habe, hat er mir sogar noch privat auf Twitch diesen Link reingesperrt. Und das Lustige ist, ich hatte schon nach dem ersten Mal, wo er reingeschrieben hat, ganz deutlich im Stream gesagt, ja, wir reagieren da nachher drauf, ich speichere das. Und der Typ hat dann einfach trotzdem das nochmal reingespampt, hat es mir dann privat geschickt und hat es mir dann, glaube ich, sogar nochmal, ähm, auf Dings gesendet. Und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist auch der Grund, warum ich da nicht drauf reagieren werde. Ich hatte das sogar schon in meinem, äh, in meinem später Ansehen-Ordner. Aber auf so eine Kinderscheiße habe ich keinen Bock, Digga. So. Ihr seid Huren-Söhne. Gut, also der bleibt natürlich gesperrt. Ich will aber wissen, was er gemacht hat. Äh, Emotes. Dann wurde er getimeoutet. Brula-Walla, warum ist Mert auf? Gammelt man hier wegen, äh, Chan? Mann, das sind, äh, deine Zuschauer, Chanbrook, Alter, geil. Stay ist ein Hurensohn und du auch Kuchen. Naja, dann, äh, ist das ja gut. So, du dummer Penner, Arschloch. Du Pisser. Ja gut, ich meine, das ist halt schon ein Jahr her, weil du hast mich halt wieder beleidigt, so, ne? Wenn du jetzt geschrieben hättest, die Oh Sorry wäre halt okay gewesen. Aber so ist natürlich vorbei, ne? Och, warum denn so viel Text, Alter? Okay, gucken wir mal. Meine Nachbarin schreit immer rum, äh, wenn ich was brate oder koche. Ah, hab ich das nicht sogar vorgelegt? Ich weiß gar nicht, das hat er zweimal gepostet. Ah, und dann hat er hier das, ich weiß gar nicht, was soll das? Beobachtungszeit 1050, Windblablabla, Sicht, Wolken, Bams. Sorry, war nicht am PC, mein Wetterprogramm hat den Mist aus Versehen gepostet. Kommt nicht wieder vor. Hm, gibt es ein, ein, äh, Wetterprogramm, was sowas postet? Also, er hat zweimal das gleiche reingespampt. Ja, komm, wir geben dir nochmal eine Chance, wenn du halt wieder sowas reinpostet, ist vorbei. Du hast Twitch Prime, lass ihn bei mir. Ähm, wurde damals beim KS-Trick gebannt, weil ich als Joe KS-Army geschrieben hab. Echt? Gesperrt von Gina Maria. Ja, sowas bannen wir aber eigentlich nicht, ne? Lass dich zurückgehen, du hast ja immerhin sogar gesagt, was da passiert ist. Und, äh, ich reakte nicht auf, ähm, auf Donations, aber mich interessiert es trotzdem, was du da reingepostet hast. Ähm, du kannst das sehr gerne, ähm, in 15.000 da reinpacken, dann reagiere ich drauf, aber auf Donations nicht, weil ich möchte nicht, dass Leute Geld ausgeben, damit die denken, dass ich halt auf ein Video reagiere. Äh, HS, vielleicht meint der auch Hausaufgaben oder so, am ersten, am 10.1., also Dings. Hey, scheiße, ich wollte Hallo schreiben, meine Tastatur ist, ähm, R. Hm. Also dadurch, dass dein Konto gestern erstellt worden ist und du gestern auch direkt gebannt worden bist, werde ich dich nicht wieder entbannen. Aber, äh, wenn du's, sonst wär's aber ein lustiger Entbannungsantrag, äh, ein lustiger Entbannungsantrag. So, das war am 8.11.2020 und am 1.4.2021. Äh, ne, am 4.1., okay, also jetzt vor einer Woche. Okay, dazu geschrieben, du musst einfach Storys faken, wie viel kriegst du für Placements, äh, auch für Unger nicht unter 50k. Wie, mit Onlyfans G900k, doch klar. Man fragt sich, wieso Benutzer mit nationalsozialistischen Kommentaren gesperrt werden und, äh, warte mal, äh, entsperrt werden und Nutzer, die nur ABK-Army schreiben, gebannt bleiben. Vielleicht sollte jeder, der Kuchentee verfeiert, einmal darüber nachdenken und sich nicht von seinen manipulativen Argumenten und seinem scheinbar Seriosität beeinflussen lassen. Ich weiß ganz genau, warum ich das schreibe. Solltest du an jener Stelle gelacht haben, bestätigt das nur alles. Äh, oh, Digga, das ist ja der längste Entbannungsantrag ever. Haha, am Ende möchte ich noch darum bitten, nicht entbann zu werden. Guck mal, das Geile daran ist halt einfach, ähm, der Grund, warum ich halt Leute, die ABK-Army schreibe, halt, ähm, nicht wieder entbanne, ist halt, dass ich diese Leute halt gar nicht erreichen möchte. So, ich will die halt nicht in meiner Community haben. Also, natürlich, ich möchte auch keine Rechtsradikalen oder sowas in meinem Stream haben, aber dadurch, dass ich ja früher selber so auch teilweise cringigen schwarzen Humor gepostet habe, ähm, ist mir natürlich halt bewusst, dass ich auch Leute in meiner Community habe, die vielleicht ein altes Video sehen, in den Chat kommen und denken, boah, ich schreibe jetzt was rein, was man nicht schreiben darf, weil das findet der lustig so. Ähm, und hab den Typen, wahrscheinlich meinte der, äh, der da, äh, diesen einen Gruß reingeschrieben hat, ähm, dass ich den wieder ein Band habe, so. Das ist für mich halt eher so ein jugendlicher Gag gewesen, der schon länger her war. Ich glaube, ich hoffe, dass der Typ erwachsen genug geworden ist, dass er sowas halt nicht mehr schreibt und gebe ihm da halt die zweite Chance. Aber so ABK-Army-Leute, sehe ich keinen Sinn drin, warum man die entbannen sollte. Du wirst natürlich entbannen, weil du so nett darum gebeten hast, ne. So, oh Junge, hier ist aber einiges, ey. Äh, KuchenTV, bester Mann, Sarah, Lara und Tamara sind immer startklar, dafür hat er einen Teilmord bekommen, richtig gehandelt. KuchenTV hat einen kleinen Schwanz, wieso dein Schwanzi so klein? Dein Schwanzi, dein Ding ist kurz, dein Schwanzi ist klein. Wieso ist dein Ding so mega klein? Gina hat im Bett ja gar nichts zu tun, sein Schwanz ist klein. Tim hält, ich muss Ihnen mitteilen, dass ihr Ding unten sehr klein und kurz ist. Warum? Ich hab das im Chat nicht mal gelesen, obwohl ich ja eigentlich alles lese. Warum macht man sich die Mühe? Warum? KuchenTV, Roger, Roger, okay, KuchenTV, dein Sibbel ist klein, Buri erbärmlich, ach entbann, gar nicht gemerkt. Ach, der war schon mal gebannt? Ach nee, der war getimeoutet, dann nochmal. Es tut mir leid, weil ich geschrieben habe, dachte, es wäre lustig, weil jeder in diesem Moment etwas Lustiges geschrieben hat, wird nicht nochmal vorkommen. Ähm, nee, Digga, also du kannst gerne dann später nochmal einen Entbannungsantrag machen, das ist überhaupt kein Problem. Ich denke mal, so in drei oder sechs Monaten entbann ich dich auch. Aber ich meine, du spammst halt einfach meinen Chat voll. Du hast drei Timeouts, nee, du hast zwei Timeouts bekommen und lernst es immer noch nicht, dass es nicht lustig ist. Und das war vor einem Monat. So, Digga, sorry. Also in drei Monaten gerne, du kannst dich dann nochmal melden, dann ist das vielleicht lang genug her, aber so sehe ich nicht ein, dich zu entbannen. Äh, lösch dich. Unnötig gebannt, man sollte schon fragen, wen man meint. Ich meinte den Typen mit den Entbannungsanträgen. Ah, ich bin doch der Typ mit den Entbannungsanträgen. Naja, aber lassen wir nochmal durchgehen, würde ich sagen. Da hat Tim gerade vielleicht etwas zu hart gehandelt. Ja, die sind alle immer so kurz. Ich will auch Leute von 2018 haben, man. Das ist viel lustiger. Warum so hässlich? Wann hat Tim dich, wann hat dich Tim geschwängert? Okay, das war wahrscheinlich, als Gina gelivestreamt hat. Äh, Ausrufezeichen Subs und dann diesen Emote. Das war 2019, ja, dann bannen wir ihn natürlich. Ne, ich liebe diese Funktion. So, äh, okay. Der hat du Hurensohn hingeschrieben. Was geht, du Hurensohn? Kannst du mal auf einen Tag, auf einen Quadratmeter? Ich meine, ich soll halt auf was reagieren, aber gleichzeitig beleidigt er mich dann. Oder feiert. Ah ne, guck mal, das war von einem halben Jahr. Der hat mich da gefeiert, aber auch Kleinkindenscheiße reingepostet. Naja, Digga, dann nehmen wir das einfach ab. Ist doch gar kein Problem. So, der hat hier sowas. Sorry dafür, war nicht gemeint, um zu nerven oder so. War das nicht eben gerade? Ja, freu ich wieder mitzuschreiben. Ne, das hat der halt jetzt nur gemacht, um in dieses Video zu kommen. Deswegen hast du jetzt Pech, absolut richtig, dich zu bannen. Äh, hab ich keinen Bock drauf. Weißen jetzt Sachen nur von jetzt. Äh, bann mich, du Hurensohn, weil du ein Hurensohn bist. Ja, okay, Digga, lustig. Krank auf jeden Fall. Ähm, du hast hier reingespampt. Geiler Porno-Balken, was geht du? Eh, Honno. What is das? It doesn't stream. What the fuck? Äh, ich gebe zu, es war schon ne Sauerei, was ich gemacht habe. Wiezu möchte ich mich herzlich entschuldigen? Bereue die Tat. Übrigens habe ich keinen Bart. Ja gut, das ist auch schon wieder ein sehr lange her. Ja, komm, können wir auf jeden Fall machen. Da haben wir noch einen. Och komm, ich wollte nur einen Joke machen. Digga, verpiss dich. So, okay, thanks, bye. Bye.